Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, TSG-Kollegen und Spieler, ehemals Beiratsvorsitzender Bodo Lothar Fritschen, Ehrenrat der TSG, Henry Seeger, Jugendkoordinator, aktiver Spieler in unserer Regionalligamannschaft. Henry, zum Spiel zuletzt am Wochenende gab es ein 2 zu 2 in Frankfurt. Ein gutes Ergebnis an und für sich. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, das Spiel war ordentlich von unserer Seite aus, würde ich sagen. Wir waren gut im Spiel drin, auch was die Körpersprache angeht, was auch die Intensität angeht. Wir können früh führen durch mich, also kann ich machen, muss ich vielleicht machen, muss ich vor allem selber machen und bekommen dann aber auch gleich Chancen gegen uns, wo man einfach dann merkt, okay, das Spiel wird wilder und im Endeffekt kann es 2 zu 2 stehen nach fünf, sechs Minuten. Und ja, an sich war es, wie schon gesagt, ein gutes Spiel von uns, aber wir haben uns natürlich mehr erhofft. Auch was die Chancen angeht, müssen wir mehr machen und stehen dann oder bekommen dann auch unglückliche Tore, wo man dann hinten Konter bekommt, wo man nicht gut steht. Und ja, deswegen von unserer Seite aus natürlich ein bisschen unglücklich, weil wir weiterhin auf der Stelle stehen mit dem 2 zu 2. Aber im Großen und Ganzen war es ein ordentliches Spiel von uns. Henry, du persönlich, 33 Regionalligaspiele, nun insgesamt jeweils elf in den zurückliegenden drei Spielzeiten plus die aktuelle. Du steuerst unweigerlich auf den Rekord zu, zum achten Mal in der Startelf. Nach wie vor was Besonderes? Ja, natürlich. Also ich freue mich natürlich immer, wenn ich spiele, egal ob von Anfang an oder wenn ich eingewechselt werde. Ich probiere da natürlich auch immer 100 Prozent zu geben und damals, wo ich noch in der Landesliga gespielt habe, hätte ich mir das auch nie erträumt, dass ich mal in der Regionalliga spiele zum einen und dann zum anderen auch so viele Spiele, so viel Spielzeit dann bekomme. Deswegen genieße ich jede Minute und ist natürlich was sehr Besonderes für mich. Ja, von Henry zu Bodo. Nicht annähernd der gleiche Jahrgang. Henry ist 26 Jahre alt. Bodo, kein Geheimnis, man darf es sagen. Stolze 80 Jahre dieses Jahr geworden. Glückwunsch da dazu. Du, Ehrenrath, Beiratsvorsitzender ehemals, ein sehr treuer Wegbegleiter der TSG. Das 2 zu 2 in Frankfurt hast du nicht vor Ort gesehen, aber wie beurteilst du das Ergebnis? Insgesamt sicherlich für unsere Mannschaft eine ganz tolle Geschichte. Ich habe so rausgehört aus den ganzen Kommentaren auch, große Überlegenheit. Chancen vergeben auf beiden Seiten. Also sagen wir mal vereinfacht, ein Sieg wäre drin gewesen und wäre auch schön für uns gewesen. Nun verlief die bisherige Saison etwas holprig bisher. Woran liegt es deiner Meinung nach? Wo kann sich die Mannschaft verbessern? Also ich fange mal mit den Gründen an, die Sie wahrscheinlich allgemein auch bekannt sind. Woran liegt es? Es gibt einige Faktoren. Da waren zum Beispiel die Spielabgänge, ich sage es nur, Koda Fritschi, die natürlich Lücken hinterlassen haben. Dann waren natürlich dieses Jahr mehr Verletzungen, wie voriges Jahr in unserer Mannschaft. Und, was natürlich nicht ganz unwichtig, das Quäntchen Glück hat gefehlt. Voriges Jahr haben wir manches Spiel knapp gewonnen. 2-1, 1-0, letzte Minute. Dies Jahr ist das Pendel gegen uns. Und da sehe ich einen großen Großteil drin, dass wir insgesamt so viele Unentschieden haben und dass manches nicht halt so rund läuft. Ja, vielen Dank, Bodo. Henry, Jugendkoordinator, Spieler, wir haben es schon erwähnt, vielbeschäftigter Mann in der TSG. Andere haben womöglich jetzt die Winterpause vor Augen, du, die Jugendhallenrunde, die am vorigen Wochenende losgegangen ist. Ist viel zu tun. Wie bekommst du die Aufgaben unter einen Hut? Ja, also ich bin natürlich viel hier, beziehungsweise ich bin jeden Tag hier, wenn dann abends noch Training ist, dann wirklich von morgens bis spät abends. Ja, es ist meine Leidenschaft, es macht mir nach wie vor viel Spaß und deswegen geht es auch einen Tick weit leichter, als dass es sich anhört. Aber trotzdem ist es natürlich auch schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Manchmal wird dann vielleicht mal die Jugend vernachlässigt. Wenn ich dann ein Spiel von der ersten Mannschaft samstags habe, dann kann ich eben nicht bei einem Jugendspiel sein oder da gewisse Aufgaben aus dem Jugendbereich erledigen. Andersrum vielleicht genauso. Aber trotzdem probiere ich da einfach das Beste daraus zu machen und bin auch für jeden dann immer ansprechbar, wenn ich nicht gerade auf dem Platz stehe. Und deswegen, ja, wie gesagt, ist meine Leidenschaft, macht mir Spaß und deswegen bekomme ich das auch einigermaßen gut, alles unter einen Hut. Am kommenden Wochenende, so möchte ich als Termin planen, steht das letzte Spiel vor der Winterpause auf dem Programm. Zu Gast ist hier in der Bizarber Arena der TSV Steinbach-Heiger. Ein Ausblick auf diese Partie? Ja, ich denke, wie jedes Spiel wird es auch wieder eine schwierige Partie. Steinbach, jahrelange Spitzenmannschaft in der Regionalliga, wo auch immer natürlich oben mitspielen will, den Anspruch auch hat. Und ja, spielerisch natürlich extrem gut. Da müssen wir auch wieder mit 100 Prozent da sein, dagegenhalten und vor allem auch in den Zweikämpfen aggressiv da sein. Und auch da muss wieder vor allem von Anfang an die Körpersprache stimmen, dass man nicht wieder früh in den Rückstand gerät und muss da einfach voll dagegenhalten. Ja, Bodo, erst Steinbach, dann der Sparkassen Indoor Cup. Du bist der Vater dieses Turniers, dieser Veranstaltung zwischen den Jahren, die heuer zum 27. Mal stattfindet, und zwar vom 27. bis zum 30. Dezember. Wie stolz macht dich das, dass dieses Turnier, diese Veranstaltung so lange überdauert hat, zum einen und mehr denn je populär ist? Also von Stolz würde ich nicht reden in dem Falle. Es ist schön zu sehen, dass sich das Turnier so toll entwickelt hat. Dazu gehören ja auch immer mehrere Leute. Ich sage nur noch mal von den Anfängen, die ist geboren worden bei einem Winterfest von der TSG 1993, die Idee. Dann wurde sie nach und nach umgesetzt. Es gab am Anfang viele, viele Leute, die mit angepackt haben. Ich nenne mal namentlich Martin Kahrt und es werden auch andere auch zu Namen zu nennen. Aber auf jeden Fall hat sich das Ganze toll entwickelt. Es ist sicherlich zu einem Highlight zwischen den Jahren geworden und vielleicht noch zwei, drei Sätze zu der Idee von damals. Man wollte zwischen den Tagen, Weihnachten, Neujahr, was Sportliches schaffen, was sonst ja doch kaum möglich wäre, live, dann die Möglichkeit zu geben, den Vereinen mal groß gegen klein zu spielen, was ja auch tatsächlich die Idee dieses Turniers ausmacht und nicht unerwähnt sollte bleiben. Wir waren hier in der Region die Ersten, die mit Rundumbander gespielt haben. Also insgesamt das Fazit, toll, dass es so weitergegangen ist. Ja und es wird mit Sicherheit auch toll weitergehen. Bereits eben jetzt der Hinweis, ab dem 27. Dezember rollt der Ball in der Sparkassenarena. An euch beide noch die Frage, wie, wann, mit wem verbringt ihr Weihnachten? Bei mir ist das ganz einfach. Ich werde mit der Conny, meiner Frau, nach Westfalen zu den Kindern von meiner Tochter fahren und ja, da Weihnachten verbringen. Bin aber auf jeden Fall zum Turnier wieder hier vor Ort. Ja, Henry, du wahrscheinlich auch den zweiten Weihnachtsfeiertag, vielleicht sogar schon in der Sparkassenarena, aber davor? Davor auch relativ einfach. Gemütlich mit der Familie, mit meiner Freundin, ihrer Familie. Genau. Und danach dann Indoor Cup. Ja, vielen Dank euch beiden. Henry, Bodo, toi 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 toi. Noch ein schönes letztes Sessonspiel oder Spiel vor der Winterpause wünschen wir uns gegen Steinbach. Bis dahin alles Gute. Dankeschön. Danke. 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 Vielen Dank.